Boah, ja. Perfekt. Göttlich. So sieht er geil aus. Perfekt. So, eine schöne Optik schon mal kreiert. Die Felgen. Ähm... Machen wir wieder schön mit Aluminium. Ist irgendwie so mein Lieblingsfarbe, was sowas dafür angeht. Die sehen damit einfach gut aus. Bürstet, halbglänzend. Nehmen wir mal poliert. Das steht dem Audi ganz gut. Gut. Die Scheiben machen wir mal schwarz getönt. Dann speichern wir das mal. Ja, schwarz getönt. Danke. So, speichern wir das Ganze mal für den Audi.